Guten Morgen Traderinnen und Trader, ich hoffe sie hatten alle ein schönes verlängertes Pfingstwochenende und sind jetzt wieder fit für das Trading. Heute Morgen mit dem Blick in den S&P 500, in das WTI und von der Währungsseite her ist US-Dollar, Kan-Dollar aus aktueller Sicht relativ interessant. Wie immer auch an dieser Stelle die Einladung, alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier, wer mag in die Chats hinein einfach den Wunschmarkt schreiben und ich gehe sehr sehr gerne auf alles mit ein. Steffen, Elena einen schönen guten Morgen, ich freue mich, dass wir auch immer mehr Teilnehmer hier in GoToWebinar mit reinbekommen. Die Community wächst und wir sehen hier jeden Morgen schöne Handelsideen, das macht richtig Spaß. Wenn ich noch an den Trading-Idee vom Freitag im WTI denke, fantastisch, das ist doch etwas Feines und das sind gute Dinge, wo Bewegung in die Märkte reinkommt und genau das ist ja, was wir hier morgens immer sehen wollen. Matthias, auch dir einen schönen guten Morgen, bevor wir nun ins Webinar reingehen mit den Handelsideen, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir in die Nachrichten, wo wir bei den Nachrichten sind. Noch ein kurzer Gedanke meinerseits. Wir haben ja lange, lange Zeit von seitens der Non-Farm-Payrolls, muss ich sagen, keine so richtigen Knaller-Events gehabt. So ein Knaller-Event ist halt wirklich, wenn die Zahlen ordentlich was bewegen können. Ist ganz normal. Der Wirtschaft geht es gut. Und irgendwann, irgendwann in solchen Wirtschaftsphasen kommt dann halt der Moment, ja, an dem bewegt sich was. Und gestern, nein nicht gestern, am Freitag ist es tatsächlich so gewesen. Die Non-Farm-Payrolls, die haben mal wieder etwas bewegt. Und was hat sich bewegt? Es hat sich etwas bewegt in den Köpfen der Trader. Und zwar war es jetzt lange, lange Zeit so gewesen, dass schlechte Nachrichten nicht unbedingt zu positiven Ereignissen an den Kapitalmarkten geführt haben. Freitag allerdings haben wir, sag ich mal, Job-Nachrichten gehabt, die die Hoffnung aufkommen lassen, dass die Fed die Zinsen senkt. Und, muss man sich vorstellen, schlechte Nachrichten, der Markt läuft hoch, weil die Zinsen möglicherweise gesenkt werden. Das war mal ein News-Event. Ja, was war es gewesen? Der Markt lief einfach brutal nach oben. Das ist, als wenn man an der Bushaltestelle wartet und der Bus fährt mit 100 Sachen an der Bushaltestelle vorbei. Das ist irre. Und deswegen schauen wir heute mal auf den S&P 500, wie es hier jetzt weitergehen kann, wo man vernünftige Entries von der jetzigen Station auch finden kann. Das Ganze gleich und zuvor allerdings noch der Blick in die heutigen Nachrichten. Wir bekommen ein paar Informationen aus Großbritannien. Hier geht es los um 10.30 Uhr. Also der Vormittag hier komplett britisch eingefärbt. Heißt also hier Informationen zum Durchschnittseinkommen inklusive der Bonuszahlen, Arbeitslosenänderungen, Veränderung der Erwerbstätigenzahl, die Arbeitslosenquote. All das kriegen wir heute am Vormittag um 11 Uhr. Geht es dann weiter eine Rede von einem BOE-Mitglied. Um 11 Uhr dann ebenfalls noch ein weiteres MPC-Mitglied spricht. Also viel von der Notenbank. Um 14.30 Uhr bekommen wir aus den USA dann den Erzeugerpreis, den Erzeugerpreisindex. Und am späten, späten Abend dann um 23.30 Uhr einen kleinen Einblick in das Thema Öl, nämlich die API-Rohöl-Lagerbestände. Morgen gibt es ja dann den wichtigen Rohöl-Report, die US-Lagerbestände. Damit rein in die Nachrichten für die heutigen Charts. Was erzählen uns die Charts an dieser Stelle? Wir blicken hier aktuell gleich mal noch auf den S&P 500 hier in dieser Stelle, wie immer auch im Tageschart. Und Sie werden es merken, was hier letzte Woche passiert ist. Wie schon gesagt, dieser Mega-Move hier, der innerhalb von 5 Handelstagen, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja genau, 5 Handelstagen hier hochgelaufen ist in das Trend hoch. Also wir haben ja hier den Abwärtstrend gehabt, direkt rein gestern ging es dann drüber. Dann kam es so leicht zu einem Rückhalt des Kaufinteresses, eines Rückgangs des Kaufinteresses. Da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, wie es weitergeht. Auf alle Fälle ist es hier wichtig, wie die Entscheidung ausfällt, weil wenn wir mal in die Stunde schauen, diesen schönen Schub nach oben, den sehen wir natürlich sehr, sehr schön im Stundenchart als laufenden Aufwärtstrend. Hier schön nach oben geschwungen, hier sehen wir das Ganze schön dynamisch auch. Und hier ist es jetzt wichtig, was passiert. Wir sehen es, ich habe es hier unten mal markiert. Unten das letzte Tief, das letzte Korrektur Tief, das ist auch das Low vom Freitag, nein von gestern. Da haben wir hier die Marke von 2880 Punkten. Und jetzt kommt es darauf an, was passiert. Läuft der Markt nämlich drunter, könnte ein bisschen korrektive Phase kommen. Und das wäre dann interessant, weil wir können sehen, wo der Markt ranlaufen kann. Die interessante Marken sind dann hier die Supports oder beziehungsweise die Drehpunkte an dieser Stelle um die 2836. Hier, das ist das eines der Ausbruchslevel auf diesen großen Schübehoch. Beziehungsweise dann hier hatten wir noch ein Tagestief gehabt bei 2811. Wer sich das Ganze hier mal auf Basis der Korrektur Tiefs legen möchte, hier unten haben wir dann das letzte Korrektur Tief Level, wo es mal kurz diesen Bruch hier unten gab. Da haben wir so die Marke um die 2800 Punkte. Das ist ja eine psychologisch wichtige Marke. Und da haben wir hier schon im S&P 500 auch häufig Tests des Ganzen gesehen. Das ist sehr, sehr interessant. Wird sich hier entscheiden. Wenn das Ganze allerdings einfach nur ein Durchläufer bleibt und der Markt direkt nach oben schiebt, hier in die höheren Levels rein, dann ist das Allzeithoch in greifbarer Nähe. Das heißt, wenn wir dann mal schauen, was auf der Oberseite Anlaufpunkte sind, um hier das Ganze im Kontext mal zu verbringen noch. Wir haben hier noch ein paar Hochs liegen, aber auf alle Fälle hier oben. Das ist dann das Allzeithoch. Das heißt, wenn die Stunde sich einfach nur nach oben weiterentwickelt, das wäre dann sehr, sehr interessant zu sehen, was hier oben dann geschieht. Und normal wäre es, wenn wir irgendwann eine Korrektur bekommen. Und wie schon gesagt, erste Anzeichen dafür sehen wir, wenn wir hier unten drunter durchfallen. Das heißt, wir hier den Abwärtstrend der Stunde bekommen. Das ist dann die korrektive Phase. Und das wird dann sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie tief das Ganze läuft. Also hier bereitet sich etwas sehr, sehr, sehr Schönes vor, was wir gut zum Traden nutzen können. Die Entscheidung für den heutigen Tag ist jetzt entweder der Stundentrend läuft nach oben weiter. Dann finden wir schön, wenn der Richtungsgeber hier die Stunde ist. Das Long Setup nach oben. Holger, einen schönen guten Morgen. Danke für die Grüße. Wenn der Markt allerdings die Richtung nicht nach oben findet, sondern wir unterstief hier drunter fallen, dann haben wir eher etwas korrektive Phase. Also wir stehen hier vor einer Entscheidung. Und das gibt uns dann definitiv die Richtung für den S&P 500. Schauen wir in den Währungsmarkt. Vorbereitet heute ja noch US-Dollar, Kan-Dollar an dieser Stelle. Das Ganze schauen wir uns auch mal eben noch erst mal im Tagesschart an. Hier unten, wir sehen es, die Stunde, die hält unten am Support. Und wir gucken uns das Ganze allerdings mal auf Tagesbasis an, was halt ein wichtiger Marker ist. Wolfgang, guten Morgen. Was ist der wichtige Marker hier an dieser Stelle? Schaut es mal an, was hier passiert ist. Der Markt lief erst schön trendig hoch. Dann kam Verkaufsdruck auf. So, und letzte Woche kam es dann am Freitag dazu, dass sich hier nicht nur der Verkaufsdruck ausgedehnt hat, unter dieses aktuelle Trendtief hier bei 1,33572. Nein, es ging noch weiter. Der Markt hat runtergeschoben bis unter den nächsten Support bei 1,32505. Das war das Low hier, das Korrekturtief innerhalb dieses Aufwärtstrends. Und was ist dann passiert? Just in dem Moment kamen die Käufer rein. Schaut euch das mal an, übers Wochenende mit einem Down-Gap geöffnet und sofort sind die Käufer reingekommen. Das ist immer interessant zu sehen. Das ist erst einmal ein Zeichen von Stärke. Und diese Stärke wird sich in irgendeiner Form entweder ausbauen oder abschwächen. Mehr Möglichkeiten hat man ja nicht. Und das ist jetzt interessant zu sehen, was hier passiert. Weil, wenn das nur ein ganz, ganz kurzes Strohfeuer gewesen ist, dann kann es gut und gerne sein, dass wir ordentlich Dynamik noch zur Unterseite bekommen. Und wir sehen es ja hier drüben im Tagesschat. Da ist nicht wirklich viel, was halten kann. Der nächste Support um die 1,31, 1,25. Der ist nicht ewig weit weg und hier ist nichts, was hält. Das heißt, das könnte so sein, dass der Schub nach unten sich gut und gerne fortsetzen kann. Stärke oben raus allerdings. Das heißt, wenn wir hier übers Tageshoch von gestern gehen, würde dafür sorgen, dass auf Stundenbasis ein Aufwärtstrend entsteht. Und der könnte dann durchaus auch erst einmal hier oben in dieses Bruchlevel führen. Also der Widerstand, den wir hier oben sehen, bei 1,33, 5, 7, 2. Das wäre hier das Level, was wir als nächsten Widerstand haben. Und wir sehen auch hier, da ist nichts wirklich, was halten kann. Das sehen wir auch sehr, sehr gut in der Stunde. Da gab es nichts. Da gab es dieses kurze Innehalten innerhalb dieses Widerstands hier oben und danach einfach nur den Rutsch nach unten. Und hier haben wir das Tageshoch, was ich markiert hatte von gestern. Und hier wird es jetzt wirklich wichtig, was passiert. Läuft der Markt drüber hier? Das sieht dann so aus, dass wir hier die Dynamik halt nach oben stehen haben und macht zwischendurch kein neues Tief. Dann haben wir hier die guten Karten etwas regressive Phase zu sehen. Sozusagen so ein Rückschnapper. Der Markt läuft jetzt momentan schon sehr, sehr lange seitlich. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für eine starke Gegenbewegung. Eher ein Zeichen von latenter Schwäche. Und wenn diese Schwäche dann reingeht, dann sehen wir es. Dann haben wir hier an dieser Stelle selbstverständlich wenig Chancen für den Lauf nach oben. Sondern dann sieht es wirklich eher so aus, als würde der Markt hier nach unten wollen. Und wenn er das will, dann kann man ihn sozusagen auch kaum aufhalten. Wie schon gesagt, dann ist der Weg hier frei nach unten. Und das wäre dann Fortsetzung dieses Abwärtstrends in der Stunde mit Ziel zum nächsten Support. Und damit blicken wir im WTI mal auf die aktuellen Geschehnisse. Wir haben ja am Freitag eine interessante Situation auch besprochen. Hier sind mal sozusagen noch die alten Marker drin. Und wir gucken mal ganz kurz auf den Freitag hier rein. Da hatten wir schön, ich muss es jetzt nur mal eben raussuchen. Die Situation, wo haben wir den Freitag? Jetzt muss ich nur mal gucken. Hier haben wir es gehabt. Das hier. Das war das schöne, interessante. Halt, wartet mal. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Freitag war, heute ist der 11., das war der 9., der 8. war das hier. Ne, Freitag hier. Das haben wir hier drüben gehabt. Genau. Wir haben drüber gesprochen, den Markt von unten nach oben zu traden. Und hier hatten wir sozusagen den Seitwärtslauf, der sich kurz unter diesem Widerstand hier aufgebaut hat. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Also hier war die Widerstandslinie hier oben. Und hier unten hat sich der Markt gesammelt. Sehr, sehr schön seitwärts gelaufen. Und dann gab es wirklich schön diesen Move nach oben. Erst einmal den schönen Ausbruch. Das konnte man kurzfristig traden. Die Ziellevel für diesen Bereich hatten wir ja relativ nahe auch gehabt hier in diesem Bereich. Das war das eine. Aber das andere, was auch schön zu sehen war, ist, was danach kam. Nämlich, dass sich hier dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, dass der sich einfach schön fortgesetzt hat und in die korrektive Phase reingelaufen ist. Also das ist ein schönes Verhalten. Das sehen wir immer, immer wieder. Wir sehen hier ganz, ganz oft zuerst die Trendbildung und dann dieses Verharren auf relativ hohem Niveau. Das ist ein Zeichen von Stärke. Und wenn sich das dann fortsetzt, Dieter, guten Morgen. Wenn sich sowas dann fortsetzt, dann haben wir gute Chancen für den Hochlauf. Und das dann hier nach oben zu sehen, das hat man immer wieder mal. Die Spikes nach unten und dann den Schub nach oben. Das war letzte Woche. Jetzt schauen wir, wo wir aktuell stehen. Und aktuell schaut es so aus, als wenn der Widerstand, den wir hier drinnen liegen haben, das heißt, diese Marke hier um die 54, 35, dieser Zacken hier unten, das kommt auch aus dem Wochenchart. Wenn wir uns den Wochenchart mal ganz schnell anschauen, so rum. Wir haben hier im Wochenchart einen ziemlich starken Hochlauf gehabt. Und hier gab es mal einen Zacken über zwei Wochen nach unten, bevor der Markt dann weiter nach oben gelaufen ist, auf Wochenbasis. Also das, was wir hier sehen, ist ja diese Hin- und Hergezacke, was ich hier reingezeichnet habe. Kommt ja nicht aus dem Wochenchart, sondern das ist der Trendverlauf des Tages. Aber in der Woche haben wir hier halt diesen Rücklauf gehabt. Und da haben wir hier halt um die 54, 35 einen Widerstandsbereich gehabt. Genauso wie wir hier unten in diesem Bereich den Support gehabt haben, wo wir hier rumgedreht sind letzte Woche. Und hier wird es jetzt interessant zu sehen, wie es weitergeht. Weil aktuell scheint der Markt nicht so wirklich richtig die Dynamik für weitere Aufwärtsbewegungen zu haben. Zumindest hat uns das hier der Chart gestern gezeigt im Tag. Hier kam es nach dem Ablauf doch zu Rückgängen, also zu Verkaufsüberhang, der hier den Markt nach unten geschoben hat. Und jetzt wird es interessant an der Seite her, wie sich das Ganze weiter fortentwickelt. Wir haben hier diese Kerze. Gut, die ist ein Stückchen hoch. Die hat ihr hoch bei 54,75 und das Low bei 52,99. Also knapp 93. Das ist 1,75, den wir hier als Schwankungsbreite haben. Interessant wird es jetzt allerdings, was hier unten kommt. Und macht der Markt den Schub unten drunter und das Tagestief, dann ist es ohne weiteres möglich, dass wir gleich wieder in die nächste Bewegung dieses Abwärtstrends gehen. Und dann können wir uns schön wieder nach unten orientieren. Heißt also in diesem Moment hier erst einmal ganz klar, das aktuelle Trend tief bei 50,52. Da haben wir zwischendurch noch ein paar Lows liegen. Die kommen aus der Stunde. Da gucken wir gleich mal rein. Hier die Marken um die 52, 55 und 51,10. Und für diejenigen, die das Ganze nicht nur jetzt im kurzfristigen aus der Bewegung heraus, beziehungsweise aus der Korrektur in die Bewegung bis zum letzten Tief traden wollen, sondern auch mal mittelfristig schauen wollen, wie es hier unter Umständen auch weitergehen könnte, wird diese Marke gebrochen. Dann ist auch dieses wichtige Support Level komplett rausgenommen worden. Nächster Anlaufpunkt auf Unterstützungsseite wäre dann hier unten dieser kleine Zacken bei 44,20 beziehungsweise hier das Jahrestief vom Dezember letzten Jahres hier bei 42,15. Also da ist eine Menge, Menge Luft nach unten. Und das Ganze bitte auch zu sehen, sollte es wirklich zu einer wirtschaftlichen, sage ich mal, Abschwächung kommen. Die Arbeitsmarktzahlen sind ja nicht umsonst so ausgefallen, wie sie ausgefallen sind. Dann wäre es durchaus denkbar, dass wir tatsächlich hier unten in diese Bereiche reinlaufen. Also nichts ist unmöglich. Und hier blicken wir noch mal ganz kurz in die Stunde rein, was der Markt uns hier zeigt. Und wir sehen es halt hier jetzt. Wir haben hier den Lauf nach oben gehabt. Hier ist ein Level nach unten. Jetzt hier, das ist schon was Trendiges nach unten. Und hier sehen wir gerade die Entstehung der Umkehrkerze. Das heißt, wenn wir hier mal die Stunde als Richtungsgeber mit nutzen. Moment, das mache ich mal kurz als roten Trend, damit wir es auch als abwärts identifizieren können. Dann sind wir jetzt sehr, sehr schön in der Situation, dass wir aus der Korrektur heraus mit dem Umkehrsignal in die Abwärtsphase traden könnten. Das heißt, wir haben jetzt hier sehr schön diesen Trend in der Korrektur und dann in der Bewegung gehabt. Hier oben raus, also hier da oben, hier war das High. Und jetzt haben wir hier halt die Korrektur. Und wir sehen jetzt die Stunde als Taktgeber. Wer diesen Taktgeber nutzt, der schaut einfach in die kleinen Zeiteinheiten. Und sobald das Ganze hier wieder abwärts läuft, ist es dann auch schön zu sehen, was hier wird. Und wir sehen es hier in den 5 Minuten. Das haben wir aktuell, korrektive Phase. Aber sobald wir hier den Abwärtstrend auch laufen haben, dann ist das das Zeichen, dass der Markt eher wieder nach unten läuft. Das heißt, Richtungsgeberstunde wäre dann wieder da. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, in der kleineren Variante, dann haben wir auch nach unten hier um die Marken von 53. Was haben wir hier unten? Um die 35. Hier unten haben wir den Bereich um die 53, 22. Und dann hier unten das Low der Stunde bei knapp 53 US-Dollar. Das kann man schön aus dem Markt raustreten, wenn er dann schön nach unten auch mitläuft. Also hier die Stunde der Taktgeber aktuell raus aus den 5 Minuten für das kurzfristige Trading. Ansonsten mit Blick in den Tagesschart. Wir haben die Umkehrkerze da. Und wenn diese Umkehrkerze, die wir hier sehen an dieser Stelle, wenn die Bestätigung findet, dann ist das auch das Indiz, dass der Tag wieder nach unten möchte. Und die Ziele sind hier auch in den Supports, beziehungsweise hier am Trend tief gut ersichtlich. Das also für heute an dieser Stelle. Gleich geht es in den Handel. Doch bevor wir in den Handel gehen, noch der Hinweis. Am Freitag habe ich den Dirk Hilger hier im Live-Webinar. Wir schauen morgens rein in seinen Handelsdeal hier bei Tickmill mit dem Stereo Trader. Das wird eine mega spannende Geschichte. Hier machen wir zusammen mit dem Dirk die Markteröffnung, das dann am Freitag. Da fangen wir auch nicht erst um 9 Uhr an, sondern ich denke mal, da gehe ich ganz kurz nur auf die Handelsideen ein. Und dann gehen wir direkt mit dem Dirk in die Marktvorbereitung. Und er zeigt uns dann, wie er seine Marktvorbereitung macht. Und das Ganze mit dem Stereo Trader hier bei Tickmill auch mit umzusetzen ist. Also das an dieser Stelle. Oh, ich kriege noch eine Frage, ob ich noch den Euro-US-Dollar mache. Matthias, ja, na klar, mache ich gerne. Schauen wir uns den Schatten an. Das ging ja heftigst nach oben wegen dem, sag ich mal, Gedanken, dass die US-Notenbanker die Zinsen senken könnten. Da wird natürlich die Zinsspanne kleiner und das sorgt für ordentlich Auftrieb. Und das sind dann Nachrichten, die so ein gesamtes Chartbild auch komplett verändern können. Euro-US-Dollar, wie schon gesagt, ist immer ein bisschen spiky in letzter Zeit gewesen. Wir haben es gesehen, wir sind hier. Ich hoffe, es verwirrt nicht zu sehr. Ich habe hier einige Trendgrößen im Chart drinnen liegen. Es ist hier interessant zu sehen, was passiert. Der Markt ist hier schon mal über dieses Korrekturhoch drüber geschnappt. Wenn wir uns das Ganze mal hier in diesem großen Trend anschauen, ist der nächste Widerstand hier oben. Beziehungsweise der, ja, ziehe ich es mal ganz kurz rüber. Hoppala, das wollte ich hier oben. So, das lassen wir mal hier. Also der nächste Anlaufbereich, der nächste weite Widerstand, den wir hier sehen können, den haben wir jetzt. Das Feld will mir nicht den Gefallen tun und rutschen. Gut, dann machen wir es anders. Dann zeichne ich ein nächstes Feld daneben. Also dieser Bereich hier oben, das wäre hier der nächste Anlaufpunkt als Widerstand, wenn wir tatsächlich die Stärke weiterbekommen. Aktuell ist hier noch nichts so richtig zu erkennen. Wir sehen es. Wir haben den Spike nach oben gehabt. Wir sind gestern ein bisschen hin und her gelaufen, sind im oberen Teil der Kerze auch geschlossen. Also wir haben momentan keine richtige Abwärtsdynamik, aber aktuell auch noch keine richtige Aufwärtsdynamik. Und wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, dann sehen wir auch genau das Gleiche hier, dass der Markt sich nicht so richtig entscheiden kann, aktuell in welche Richtung es geht. Also es ist ein bisschen tricky momentan, rein aus technischer Sicht das Ganze zu traden. Faktisch sind wir in der Korrektur des Ganzen. Die Korrektur würde sich dann fortsetzen, wenn wir hier unten drunter weglaufen. Wir haben jetzt hier oben sowas wie eine Seitwärtsrange am Laufen innerhalb der Außenbandbreiten von gestern, beziehungsweise der weiten Außenbandbreite vom Freitag letzter Woche, wo wir das Low hier unten in diesem Bereich, das High hier oben hatten. Da ist der Markt am Hin und Her ting und ihr wisst das selber. Es ist manchmal schwierig aus solchen Situationen, aber wir haben hier eine relativ flache Range und diese Range könnte man durchaus auch zum Traden mit nutzen. Unterseite hier um die 1.30, 0.69, Oberseite oben drauf, das wäre dann dieser Bereich hier um die 1.32, 20 in etwa, beziehungsweise wenn man es weiter runter zieht, hier unten in die 1.31, 1.96, je nachdem wie eng man diese Spanne ziehen will. Wir hatten hier schon ein paar Ausbrüche. An dieser Stelle sei gesagt, wenn wir diese kleine Trading Range nehmen, der Bruch nach oben wird halt gut und gerne ein paar Punkte nach oben mitnehmen. Mit dem dynamischen Lauf hier in diese Trendrichtung haben wir dann die Chance, dass wir hier erstmal in Richtung Trend hoch gehen, um die Marke von 1.13, 4.7, 6. Das ist das Hoch hier oben an dieser Stelle, bricht es nach unten weg, dann würde es sich hier unten ergeben, wenn wir unten rauslaufen, hier dieses Trend tief, dann hätten wir dann kurzfristiger Natur einen Abwärtstrend am Laufen, wenn wir unten drunter durchgehen. Das heißt, das wäre irgendwo ein Gegensignal zu dem, was wir vorher gesehen haben und der Markt hier unten dann rauslaufen. Das sind die Dinge, die hier passieren können, aber wir sind halt momentan irgendwo im Nirgendwo, da ist es schwer, eine richtige Lage, eine richtige, jetzt fehlt mir gerade das Wort, die richtige Trading Situation herauszufinden. Ihr wisst ja, ich trade immer nur dann, wenn ich eine gute Signallage habe und hier habe ich momentan zumindest aus trendtechnischer Sicht keine gute Signallage, weil wir irgendwo im Nirgendwo sind. Aber für das kurzfristige Trading ist diese Range halt interessant. Das also hier als grundlegende Ideen, dort bitte die eigenen Setups mit angehen. Wie schon gesagt, Bruch nach oben wäre dann Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik mit Bewegungsziel hier oben. Erst einmal, wenn der Markt sich fortsetzt, muss er ja über das aktuelle Hoch drüber laufen, kommt der Bruch nach unten, haben wir eine Chance, dass der Markt hier in die Korrektur reingeht. Und das wäre dann allerdings eine gute Signallage, die wir dann dazu nutzen können, etwas korrektive Phase zu traden und ein paar Anlaufpunkte haben wir ja. Wir haben hier dieses Supportband um die 1,12, naja was haben wir da, 5 in etwa hier, dieses Band, was ich angekreuzt habe, beziehungsweise hier unten diesen Bereich um die Marke von 1,12,266. Da ist auf der Unterseite ein bisschen was da. Das muss der Markt aber erst entscheiden. Das dazu. Ich hoffe, der kleine Einblick hat gereicht, um ein paar eigene Ideen zu machen. Ansonsten bitte gerne auch noch einmal nachfragen. So, jetzt schaue ich nochmal nach. Fragen, weitere sehe ich gerade keine. Von der Seite her jetzt rein in den Handel. Allen gute Trades. Ich freue mich auf den Tag und natürlich auch auf morgen. Wenn wir in die nächsten Handelsideen reinschauen, das Ganze im Blog vorab und dann ab 8.30 Uhr wie immer live hier bei Tickmill auf Facebook oder aber auch in GoToWebinar. Diejenigen, die auf GoToWebinar zuschauen, gerne auch die Fragen nutzen oder das Fragefeld nutzen, um hier du zu kommunizieren. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Macht's gut.